Wir haben einfach ein paar spezielle Exponate des Stadtarchivs, auch typische Exponate, rausgeholt. Also unsere Überlieferung beginnt im Jahr 1182 immerhin. Das ist die Urkunde, die hier liegt, in dieser sogenannten, wie ich immer sage, in einer Pizzaschachtel. Und zwar von Friedrich Barbarossa. Da hat er die Privilegien der Saaljahr Heinrichs V. für Speyer bestätigt. Das ist aus dem Jahr 1111. Und dieses Saaljahrprivileg ist für die bürgerlichen Freiheiten, wenn man so will, der Stadt Speyer noch sehr wichtig. Und war auch damals relativ singulär im Reich. Deswegen gab es 2011 das Saaljahrjahr in Speyer mit einer großen Ausstellung, weiteren Festlichkeiten. Ja, und diese Urkunde war natürlich dann im Historischen Museum zu sehen bei der Saaljahr-Ausstellung. Und die Gegenleistung war die Pizzaschachtel. Das ist eine unserer wenigen Pizzaschachten, die wir für Urkunden immerhin haben. Also Partypizza. Das kann man vielleicht auch mit twittern, sag ich mal. Genau.